So, schöne Runde zocken. Ja, los geht's. Hm, was spiele ich denn heute? Hm, komm, nehmen wir einfach Flunderies. Let's go. Na gut, dann fangen wir eben nicht an. Wollen wir mal sehen, was da jetzt so kommt. Surprise, motherfucker. Nope. Hm, sagen wir mal drei. Was macht der da? Nice. Dann wollen wir jetzt mal. Lol, er kriegt zwar keinen Schaden, aber naja, ist sowieso game. Auf geht's in Runde 2. So, jetzt kann ich anfangen. Also erstmal Standard-Kombo. Naja, dann chained wir halt eben. Na gut, dann nochmal von vorne halt. Ja, dann mal sehen, was er verdeckt hat. Angriff. Hä? Hä? Der hat nix? Nope. Auf ins nächste Spiel. Oh. Wollen wir mal loslegen. Obwohl... Ach komm, wir machen einfach Shifter. Nope, das geht leider nicht, mein Lieber. Okay, dann zerstör halt nicht meine Verdeckte. Buck. Wait a minute. Who are you? Okay, dann halt eben nicht. Oh, sehr schöne Hand. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an mit der Field Spell. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir mal wieder an mit Shifter und let's go Combo-Time. Ja, dann soll er mal, ne? Ah, Grand Macho. Egal, erstmal hier den Shifter wiedergeben. Und wieder Chain. Gut, dass wir wieder anfangen dürfen. Das nenne ich mal einen schönen Start. Ah, dein Zug ist mein Zug. Let's go. Ja, gut. Dann halt nächste Runde. Immer noch, dein Zug ist mein Zug. Na, das ist ja nicht so viel. Komm bitte Monster, Monster, Monster. Ja, let's go. Dann aktivieren wir darauf das hier. Ja, Buck ist einfach gut. So, dann hoffen wir mal, dass er keine Handtrips hat. Und? Glück gehabt. Er hat keine. Let's go. Und dann noch Set für Pass. Zeig mal, was du kannst. Nope. Stur, Lächeln und Winkländer. Lächeln und Winkländer. Pinguin sagt nein. Ja, Shifter ist schon eine gute Karte. Dann müssen wir dieses Mal das etwas anders spielen. Nee, nee, nee. Dein Zug ist mein Zug. Warte, warte, warte. Bin ja gleich fertig. Und da hat er auch keinen Bock mehr. Ja, gut. Ich hab kein Main-Out. Das war's. Naja, fair ist es auf jeden Fall. Und da hat er auch keinen Bock mehr. Bis zum nächsten Mal.